Ja, hallo ihr Lieben, Christian, mein Pater, Beziehungscoach mit einer epischen Frage heute, die mir den Zuschauern gestellt hat. Hallo Christian, kann man eine Ehe beziehungsweise die Menschen therapieren, wenn einer einen nicht mehr liebt, also nur noch freundliche Gefühle hat aus Gewohnheit und so weiter und sich nicht mehr körperlich einlassen kann? Ja, kurze Antwort, ich rede ja immer nicht so viel drum herum, meiner Ansicht nach nein. Das ist so meine Erfahrung als Paartherapeut. Der Unterschied ist der, also Paartherapie ist für Leute, ich gehe jetzt mal von aus, dass du von Paartherapie redest, von was anderem, macht es glaube ich sowieso keinen Sinn zu reden, also ich gehe mal von aus, dass einer, also Paartherapie für Leute ist, die sich ja noch mögen, aber die kommen irgendwie nicht klar, die streiten sich zu viel, ich weiß nicht, man ist abgefuckt voneinander und was weiß ich, aber irgendwo, wenn man sich jetzt fragen würde, ja, habt ihr da noch Gefühle voneinander? Ja, irgendwie schon noch und hm und also ist immer die Frage, glimmt da noch irgendwas? Das war vor allem bei unteraktivierten Beziehungen, das ist manchmal echt schwer zu sagen. Glimmt da noch irgendwas? So unter der Asche, wie so Osterfeuer am einen Tag später, wenn man da eine Asche rumwühlt, dann glimmt's noch überall, haben wir uns früher über Kartoffeln gebraten und ich weiß nicht was, ja, dann ja, aber wenn da alles, wenn der Funken erloschen ist, ist der Ofen aus. Wir reden ja auch, wie du richtig sagst, über romantische Gefühle, natürlich kann man jemand, also du kannst immer jemanden mögen und auf so einer, Lieb ist ja auch so ein schwieriges Wort, also auf so einer allgemeinmenschlichen Ebene, freundschaftlich lieben, aber wenn das so richtig Feierabend ist, also wie gesagt, wenn da noch irgendwie so ein Funke ist, dann kann man spannende Dates und die Beziehung mal verfremden, irgendwie spannender machen, an den Rand bringen, mehr Feuer reinbringen, aber wenn da, muss man sich immer so vorstellen, ist da irgendwas zum Funke, wo man noch so Luft reinblasen kann oder nicht? Wenn da nix ist, kannst du so viel mit dem Blasebalk machen, wie du willst. Wie gesagt, jetzt mach's, wie gesagt, es kommt wieder der ungarische Neffe vom australischen Ostminister und dem sein Gärtner und von dem, die nicht die fünften Gerade ist, weil der es mal geklappt hat, ja, aber so in aller Regel, also Hoffnung ist da manchmal wirklich wenig hilfreich, so finde ich, besser, man lässt es einfach und zieht weiter. In diesem Sinne, macht die folgenden Kurse, wir sehen uns bald wieder, ciao.